Ostafrika 78. Wieder einmal die Konfrontation mit den Unbillen des schwarzen Kontinents. Straßen, die man kaum zu nennen kann. Dazu Hitze, Staub, Wasser. Wir warten, Sprapazen und Gefahren, die Fahrer und Materialien bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit vorn. Zu deren Bewältigung mehr gehört, als nur Mut und Nervenstärke. Und dann neu.